Hi Leute, in diesem Video beschäftigen wir uns mal mit der Frage, wann verkaufe ich eigentlich meine Bitcoin und meine Kryptowährungen. Ja, die meisten beschäftigen sich ja immer nur mit dem Thema, wann kaufe ich, was kaufe ich und wie viel kaufe ich und eher weniger mit dem Thema verkaufen. Ja, das wird häufig hinten angestellt, das kann aber ein großer Fehler sein und für alle die von euch, die vielleicht schon mehrere Zyklen vorher mitgemacht haben, kennen das Thema, ja, man ist ständig nur am Kaufen und wenn man dann eben hier irgendwann den Absprung verpasst, macht man eben wieder einen sehr starken Bärenmarkt durch. Und deswegen, genau das schauen wir uns heute an und bevor wir gleich reinspringen und uns überlegen, wie kann ich zu den Zeitpunkten kommen, bei denen ich dann verkaufen möchte, erstmal die grundsätzliche Frage, die man sich immer bei allem stellen muss, ist, was ist eigentlich meine längerfristige Strategie und was will ich denn überhaupt verkaufen? Denn es ist auch völlig legitim, wenn man sich einfach sagt, ich brauche mein Geld, was ich investiert habe in Krypto, in Bitcoin sowieso nicht hier in der nächsten Zeit. Ich bin absolut fein damit, das erst irgendwo ganz, ganz hier hinten vielleicht mal zu nutzen, dieses Geld zu verkaufen oder davon irgendwas anderes zu kaufen. Und was hier dieser Zyklus macht, ist mir eigentlich egal, ich kaufe grundsätzlich einfach weiter, weil ich das Geld sowieso nicht brauche und keine Gewinne mitnehmen möchte. Kann man natürlich so machen, würde ich persönlich eher nicht empfehlen, weil ich immer davon ausgehe, wir sind im Kryptomarkt immer noch an dem Punkt, wo wir extreme Hypephasen sehen und auch extreme starke Bärenmärkte. Das werden wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch beim nächsten Mal wieder sehen, dass wir irgendwo einen Top sehen werden und auch wieder eine stärkere Korrektur. Also mindestens die Hälfte, davon gehe ich persönlich aus. Wenn wir uns anschauen, hier bei den vorherigen Bärenmarkten sind wir hier teilweise 90% gefallen, 80%, beim letzten waren es irgendwas mit, ich glaube 75%, wenn wir uns das mal anschauen, 76, 77% vielleicht. Und deswegen gehe ich auch davon aus, mindestens 50% werden wir auch im nächsten Bärenmarkt sehen, falls wir irgendwann einen Top erreichen, auch hier wieder einen größeren Bärenmarkt. Vor allem im Gesamtkriptomarkt, also es ist natürlich immer dazu zu sagen, dass Bitcoin immer etwas weniger fällt und die ganzen anderen kleineren Coins häufig nochmal deutlich mehr fallen. Also wenn ich jetzt als Beispiel irgendwie mal Solana anschaut oder sowas, da werdet ihr sehen, dass hier der Bärenmarkt nochmal deutlich heftiger war. Also bei Solana sind wir irgendwo von 250 Dollar bis auf irgendwas von 8 gefallen, also da haben wir mal locker 96, fast 97% verloren. Und so einen Bärenmarkt mitzumachen ist eher nicht zu empfehlen und aus diesem Grund würde ich schon immer empfehlen, auch einen Teil zu verkaufen. Es sei denn, ihr seid wirklich reine Bitcoin-Hotter, die sowieso das Ganze extrem langfristig sehen, dann kann man das schon machen. Aber das wäre gleich mal vorab die erste Unterscheidung, was ich persönlich auch machen werde. Die Altcoins plane ich in diesem Zyklus komplett zu verkaufen und bei Bitcoin sieht es wiederum ein bisschen anders aus, da plane ich nur einen Teil zu verkaufen. Und das müsst ihr euch eben für euch selber auch zuallererst mal überlegen, welche Coins wollt ihr überhaupt verkaufen und dann wie viel davon wollt ihr verkaufen. Bitcoin zum Beispiel würde ich nie komplett verkaufen, immer einen Teil behalten, weil das eine Anlage ist, die ich persönlich nicht als sterbenswert in den nächsten 50 oder sogar 100 Jahren sehe. Und dementsprechend, man kann ja immer falsch liegen und ich kann natürlich irgendeinen Teil hier immer verkaufen und kann aber falsch liegen. Und es könnte bei Bitcoin, es ist tatsächlich immer so, es könnte natürlich sein, selbst auch hier, dass das der niedrigste Preis ist, den wir jemals sehen werden. Auch wenn der Preis auf 100.000 steigt, kann es immer noch sein, dass das der niedrigste Preis ist, den wir jemals sehen werden. Denn, könnte ja sein, er steigt auf, keine Ahnung, 250, fällt irgendwo auf 120 und bleibt dann hier. Und dann war ich natürlich immer noch hier mit den 100.000, wo ich dann eben gekauft habe, beim niedrigsten Preis, den wir jemals zu diesem Zeitpunkt hatten. Und das ist tatsächlich diese Gefahr, dass man eben trotzdem, egal wo man sich befindet, dieses Gefühl haben könnte, es könnte trotzdem der niedrigste Preis überhaupt sein. Deswegen würde ich nie alles bei Bitcoin verkaufen. Aber, das nur vorab als Hinweis, jetzt schauen wir uns mal an, wie man denn zu solchen Verkaufszeitpunkten kommen kann. Und ganz vorab schauen wir uns dazu hier mal kurz den BLX-Ticker an, da sehen wir nämlich den gesamten Chart über die gesamte Menge. Und sehen eigentlich recht deutlich, ja, wir haben die verschiedenen Zyklen, die vier Phasen, immer einen Bärenmarkt, dann eine Akkumulationsphase, wo wir eben einen Boden bilden. Dann haben wir das Halving und danach nochmal einen sehr starken Anstieg. Wie wir es bisher immer gesehen haben, wichtig ist auch zu sagen, der Zeitpunkt, wo wir das All-Time-High durchbrechen, das war nochmal so der letzte Auslöser, wo dann nochmal der letzte Anstieg bisher immer kam. Also wir sehen zum Beispiel hier, da hatten wir schon einen relativ starken Anstieg hier, bis wir dann hier das All-Time-High durchbrochen haben. Und dann kam ungefähr nochmal so ein Anstieg prozentual gesehen hier auf dem logarithmischen Chart, bis wir das All-Time-High gesehen haben. Ähnliches, wie wir hier sehen, hier war der Tiefpunkt, wir sind angestiegen, haben irgendwo hier das Halving dann durchbrochen. Und dann nochmal den letzten Anstieg gesehen, der war im Endeffekt sogar etwas kleiner, als das, was wir bis zu diesem All-Time-High hier gesehen haben. Gleiches kann man jetzt sagen, wie gesagt, wir haben hier schon einen ordentlichen Bullenmarkt hinter uns. Seit, das müssen wir auch mal dazu sagen, seit irgendwo hier Anfang 2023 sind wir in einem sehr starken Bullenmarkt. Das ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre, die wir da drin sind. Und deswegen, ich würde auch davon ausgehen, die Hälfte ist auf jeden Fall schon rum von diesem Bullenmarkt. Aber diese zweite Hälfte, dieser letzte Kick, der fehlt eben noch, der steht noch aus. Und den werden wir jetzt eben in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren circa sehen. Davon gehe ich auch aus. Das würde perfekt ins Schema passen, wie es bisher immer gelaufen ist. Wir sehen auch, der starke Anstieg kam so ungefähr ein halbes Jahr nach dem Halving. Hier beim letzten Mal auch, da hat es noch etwas eine Zeit gedauert. Und dann erst so ein halbes Jahr nach dem Halving kam dann dieser extreme Anstieg. Der kann auch wirklich sehr schnell laufen. Ich weiß noch beim letzten Mal, dass wir wirklich innerhalb von ein paar Wochen sind wir dann hier wirklich nochmal extrem hochgeschossen. Deutlich nochmal hier eine Verzweifachung übers Oldtermhalter, nochmal eine Verdreifachung. Danach ist dann erstmal wieder weniger passiert. Aber das, denke ich, ist auf jeden Fall das, worauf man sich jetzt in der nächsten Zeit vorbereiten sollte. Und jetzt ist eben die Frage, ja, wann verkaufe ich denn jetzt, wenn ich einen Teil verkaufen möchte? Also wir wissen jetzt, was wir verkaufen möchten, mit gewissen Altcoins zum Beispiel, möchten wir komplett verkaufen. Und bei Bitcoin zum Beispiel 30, 40, 50, 60 Prozent, je nachdem wie viel man eben möchte. Und wie dringend man das Geld auch braucht. Zweite Überlegung ist natürlich auch immer, wenn man etwas verkauft, was würde ich davon dann stattdessen kaufen? Denn wenn ihr jetzt irgendwas verkauft, ist die Frage, braucht ihr das Geld, könnt ihr damit irgendwas anfangen? Oder habt ihr irgendwas anderes, in das ihr das dann investieren wollt? Man kann natürlich auch die Strategie fahren, das Ganze einfach in Cash zu halten und eben zu warten, bis wir in irgendeinen Bärenmarkt gehen und dann wieder günstiger nachzukaufen. Ist ein bisschen riskant natürlich, weil da muss man den Markt dann schon sehr gut timen, weil die Gefahr ist natürlich, wenn ich hier verkaufe, ich dann trotzdem weiter steigen und nicht perfekt das Top getroffen habe. Und dann ist die Frage, ob ich dann wirklich abwarten kann, wenn er dann hier wieder fällt und dann nicht vielleicht sogar doch teurer wieder zurückkaufe. Also das ist sicherlich nicht so einfach, aber das sollte man sich immer auf jeden Fall auch überlegen. Naja, wenn ich jetzt verkaufe, was mache ich denn dann überhaupt damit? Ganz wichtig für alle, die in Deutschland natürlich ihren Wohnsitz haben, ist natürlich auch das Thema mit der Steuerfreiheit. Das heißt, wenn ihr Kryptowährungen habt, die ihr seit über einem Jahr haltet, könnt ihr die natürlich steuerfrei verkaufen. Und davon Nutze zu machen, ist natürlich auch mal sehr wichtig. Übrigens, was natürlich auch mal eine Möglichkeit sein kann, ist einfach mal diese Steuerfreiheit mitzunehmen. Und falls ihr irgendwann in einem relativ guten Gewinn seid, eben einen Teil auf jeden Fall zu verkaufen. Damit habt ihr das Geld komplett steuerfrei, den Gewinn abgeschöpft. Und selbst wenn ihr dann irgendwie hier zum gleichen Preis wieder einsteigt, habt ihr einen neuen Einstieg. Und naja, seid dann damit im Endeffekt erstmal, also habt diese steuerfreien Gewinne euch erstmal eingesteckt. Ich habe mir drei Kriterien überlegt, nach denen man gehen kann, wenn man eben verkaufen möchte. Das eine ist zeitlich. Da habe ich mir analysiert, wann wir unser Top gesehen haben, was so ungefähr ein Jahr bis eineinhalb Jahre nach dem Harving eben immer liegt. Das ist so die Zeit. Das heißt, das würde von unserem aktuellen Harving, was wir jetzt ja im April hatten, bedeuten ein Jahr danach ungefähr April 2025 bis Oktober 2025. Also diese Zeitspanne hier, das wäre quasi also dann eine zeitliche Einschränkung, dass wir, egal was der Preis macht, sobald wir hier in diese Spanne hier kommen, hier anfangen eben dann Verkäufe zu tätigen. Das wäre also rein analysiert aus den vorangegangenen Zyklen. Und wir wissen ja, wir haben die vier Jahreszyklen, die auch mit durch das Harving gesteuert sind, in diesem Bereich einfach zu verkaufen. Okay, zweiter Punkt wäre ein preisliches Kriterium, bei dem wir zum Beispiel sagen, ich habe das Ganze schon häufiger mal analysiert, was wir für Entwicklungen seit den All-Time-Highs hatten. Das heißt, wir können uns hier schön anschauen, wie wir ausgehend von unserem Harving-Punkt zum Beispiel oder ausgehend von unserem letzten All-Time-High jeweils dann hier noch eine Entwicklung gesehen haben. Man sieht zum Beispiel hier recht deutlich von All-Time-High zu All-Time-High. Hier sind wir beispielsweise 4000% noch gestiegen, dann sind wir 1500% gestiegen, dann von dem All-Time-High zu dem All-Time-High nur noch 232%. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir würden von unserem letzten All-Time-High 100% noch steigen. Wenn wir sehen, wir sehen ja hier schon, es hat deutlich abgenommen, dann wäre das also eine Verdopplung. Das heißt, eine Verdopplung des All-Time-Highs würde dann natürlich dementsprechend irgendwas um die 130.000 bis 140.000 Dollar ausmachen. Das könnte man sich zum Beispiel nehmen als Punkt, also eine Verdopplung des All-Time-Highs oder auch andere Price-Targets. Ich habe wirklich mal viel das Ganze analysiert. Das eine ist natürlich immer ausgehend vom All-Time-High. Das andere wäre hier die Möglichkeit zu schauen, wie viel sind wir von unserem Harving ausgestiegen. Da sieht man auch recht deutlich, wie das immer weiter abgenommen hat. Insgesamt, wenn wir all diese Faktoren analysieren, kommen wir so auf einen Preis von ungefähr 120 bis 130 US-Dollar. Das ist so ein Preis, den ich am realistischsten einschätze von dem, was wir bisher gesehen haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall so eine Preisspanne, bei der man dann sagen könnte, okay, hier fange ich mal an. Häufig natürlich auch immer das Beste, nie alles auf einmal zu verkaufen, sondern einfach zu sagen, naja, bei dem Preis hier, ich nehme zum Beispiel 10%, 20% raus, schaue zwei, drei Wochen später nochmal und nehme so Schritt für Schritt eben auch wieder mal etwas raus. Okay, drittes Kriterium wäre eins, was komplett unabhängig von dem Markt ist. Also wir haben jetzt hier zeitlich überlegt, wir haben preislich überlegt und das dritte wäre dann eben Wert des eigenen Investments. Man kann natürlich auch einfach ein Ziel für sich selbst setzen und sagen, naja, wenn ich die und diese Menge habe, den und den Anteil würde ich gerne rausziehen, weil ich weiß auch schon, was ich damit machen möchte und einfach zu sagen, wenn bestimmte Meilensteine des eigenen Investments, was man eben drin hat, natürlich unter Voraussetzung, dass man vorher sich überlegt hat, was man genau verkaufen möchte, aber wenn es eben dieses Investmentwert erreicht hat, dass man einfach dann sagt, man verkauft eine bestimmte Menge. Das ist natürlich dann sehr individuell, je nachdem, was für eigene Vorstellungen man da eben hat. Was die Kriterien angeht, werde ich einen Mix aus diesen drei Kriterien machen, also das zeitliche, das preisliche und auch natürlich das persönliche und ich hoffe, damit konnte ich euch ein bisschen was an die Hand geben. Bis zum nächsten Mal, ciao.